In der Zeit der Mehrheit hat der Landtag in seiner ersten Juli-Sitzung zwei von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwürfe verabschiedet. Mit 18 Jahr und 15 Enthaltungen genehmigt wurde der Sammelgesetzentwurf, Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Landesämter und Personal, Entwicklungszusammenarbeit, Unterricht, Kultur, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Jagd- und Fischerei, Landschafts- und Umweltschutz, Energiegewässerschutz und Gewässernutzung, Nahrungsmittelhygiene, Vermögen und Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Arbeiten, Alpinistik, Fremdenverkehr, Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit, Wohnbauförderung, Hygiene und Gesundheit, Fürsorge und Wohlfahrt, Transportwesen, Lehrlingswesen. Eine besonders rege Debatte gab es bei jenen Artikeln, die die genetische Erfassung von Hunden betreffen, bei jenen zu den Hofschlachtungen und jenen zum Wohnbau. Ebenso mit 18 Jahr und 15 Enthaltungen genehmigt wurde dann der Landesgesetzentwurf Nr. 2224, mit dem die Gemeindenfinanzierung neu geordnet wird. Abgeschlossen wurde die Sitzungssession mit der Annahme eines Beschlussantrags der SVP, der vorsieht, öffentliche und private Aus- und Weiterbildungsangebote für Pflegehelferinnen und Helfer und Sozialbetreuerinnen und Betreuer auszubauen. Und das war die Sitzungssession mit der Sitzungssession berhet. Vielen Dank.